Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wenn endlich mal diese doofe Kamera stehen bleiben würde... Bleib. Gut. Endlich. Ja, wenn... In diesem Part hatte ich eigentlich vor... Eine... Die Rechte... Oh, ist der Tag? Die Melodie ist geil. So, jetzt mach... Jetzt mach ich was ganz cooles. Jetzt mach ich den Boss. So, wir werden bei dem jetzt siegen, kommt er nie wieder vor. Der Tübi, nie wieder. Vergehe ich den jetzt nie wieder. Geil, dass ich den jetzt auch gekriegt habe. Jetzt kriege ich ein Lied. Das ist der Kardon des Sturms. Den wir jetzt gerade hier erhalten haben. Jetzt können wir uns durch die Lüfte wirbeln. Die Lüfte Tschüss, Stirn. Was habe ich hier? Ach so. Teile schon. Geh. Geh. Eber verwechsel ich das. Ja, die dörtliche Triangel. Ja, die dörtliche Triangel. Ja, die dörtliche Triangel. Ich kann da leider nichts gegen tun. Leider. Oh, hier ist ein Schatz für uns. Die greifen wir uns gleich mal. Bitte greifen. Haken. Das ist sie. Alter, wie so cooler. Wie gut. Sieht ihr den Lichtpägel? Sehr schön. Was ist das? 2 2 das ist halbiert ich jetzt die hat er zweiter nach Westen. Wo noch nicht? Die Tapsnüttel. Oh, Südwesten. Gut, wir fahren einmal nach Süd. Scheiße. Alter, du scheiß Liga im Bobo. Ja. Erstmal zeigt sich, wie noch mal diesen Vulkan in Seligdal. Ich sag Süden. Weil da ist der goldene Terry-Headler. Und ja... Das ist die sogenannte Mutter- und Kind-Insel. Da kann man sich sogar headporten. Aber... Das... Können wir ja nicht alles in diesem Part machen. Das machen wir eigentlich. Alles aus dem nächsten Part. Und... Das ist die Mutter- und Kind. Warum die so heiß? K.A. Und einer ist Süd. Und einer ist Süd. Und einer ist Süd. Da vorne. Bis zum nächsten Part. Let's Play. The Legend of Zelda. The Witweger. Tschüss.